Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Sorry, gestern hatte ich kein Update gebracht, einfach aus dem Grund, von mir geht natürlich vor. Aber ich muss es wieder einmal kurz erwähnen, danke wieder an diese riesige Community von euch, die Abonnentenzahl wächst und auch meine Telegram-Gruppe, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Also mittlerweile jeden Tag um die 50 neue Mitglieder, wo jeden Tag über verschiedene Aktien diskutiert wird. Also vielen Dank dafür. Aber jetzt Schluss mit der Werbung. Ich möchte einmal auf die AMC-Aktie zu sprechen kommen. Und gestern ist diese um 5,36% gefallen auf 7,69 Euro. Und eigentlich, und das hatte ich ja das Video vorgestern schon gesagt, Wer mir nicht glaubt, kann es sich gerne angucken. Ich hatte damit gerechnet, einfach aus dem Grund, denn gestern war so die magische Grenze, die 10 Dollar hätten überschritten werden müssen und dass die Hedgefonds hier natürlich gegenhalten, war eigentlich klar. Wir haben versucht, den Preis extrem zu drücken und haben es schlussendlich auch geschafft. Aber das ist in erster Linie jetzt nicht so schlimm, denn bei AMC muss man wirklich sagen, man darf sich hier nicht nur auf den aktuellen Tageschart verlassen, sondern man muss hier wirklich diese langfristige Geschichte sich ansehen. Und klar, ich berichte ja jeden Tag darüber, was ist heute passiert, was ist gestern passiert, was wird morgen passieren und so weiter. Aber das ist im Prinzip für euch immer nur eine kurzfristige Analyse, ein kurzfristiges Update. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ihr euch bei meinen Videos jetzt wirklich komplett auf die Tagescharts konzentriert, sondern wirklich das langfristige sieht, beziehungsweise langfristig ist das falsche Wort, sondern auf die aktuellen Situationen, was gibt es für Nachrichten und, und, und. Ich hatte ja schon gesagt, bei AMC hier wirklich eine Chartanalyse durchzuführen ist sehr, sehr schwierig, denn hier ist wirklich die Hedgefonds, die beeinflussen so extrem den Kurs, da ist wirklich keine Chartanalyse wirklich möglich. Man kann natürlich einige Argumente liefern, das ist keine Frage, aber wie ich bereits gesagt habe, ich war fest davon überzeugt, dass wir die 10 Dollar nicht knacken, dass die Hedgefonds hier einfach extrem dagegen halten und dass es jetzt auch passiert. Und einmal noch auf einige Kennzahlen zurückzukommen, Kurs aktuell bei 9, oder war gestern bei 9,33 Dollar, also wie gesagt unter 10 Dollar, aktuell Shares available, 900.000, das war auch mal bei 0, bei 3.000 und so weiter, das ist einiges gestiegen, aber auch das, und das freut mich, die Prozentsatz, die Gebühren für die geliehenen Optionen oder Aktien, der Prozentsatz steigt enorm, also jetzt mittlerweile bei 18,3 Prozent und da müssen die Hedgefonds einfach enorm Geld in die Hand nehmen, um entsprechend sich die Aktien zu leihen und das müssen die natürlich auch alles mit einkalkulieren. Und auch die Short-Prozentzahl ist auch jetzt wieder einigermaßen gestiegen auf 62 Prozent, auch das geshortete Volumen und hier kann man immer sehr schön sehen, zu welchem Kurs die Hedgefonds, ja, Optionen zurückkaufen müssen, hier müsste man über oder mal 100 nehmen und da wäre eben die magische Grenze von 10 Dollar gewesen, ist leider nicht erreicht worden, aber das ist wirklich nicht schlimm, also das ist wirklich überhaupt nicht schlimm und ich habe mir, ja, gestern oder heute früh, heute Nacht, als ich wach geworden bin, habe ich mir einige englischsprachige Videos angeguckt und da ist wirklich extrem, was in der USA abgeht oder im englischsprachigen Raum, hier wird wirklich enorm Motivation betrieben, dass man dabei bleiben soll, dass man nicht die Lust verliert, dass man sogar nachkaufen soll, man motiviert sich gegenseitig und ich hatte ja euch gesagt, ich hatte 4.000 Euro nochmal zur Verfügung, 2.000 Euro habe ich letzte Woche nochmal investiert und 2.000 Euro werde ich auf jeden Fall Montag oder Dienstag dann nochmal investieren, denn ich persönlich glaube, wir sind wirklich nicht mehr weit davon entfernt, dass es einen extremen Kursausbruch geben könnte und ich will einfach, der Einkaufspreis ist mir dann eigentlich egal, ob ich den jetzt höher treibe oder, 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 es geht mir einfach nur noch um die Anzahl der Aktien und, ja, es ist riskant, keine Frage, das wisst ihr selber, das wird auch immer in meiner Telegram-Gruppe besprochen, aber man muss wirklich auch das, oder sich angucken, was kann man für einen Gewinn rausziehen, also klar, man könnte jetzt sagen, reine Zockeraktie, es gibt ja einige, die schreiben das immer unter Videobeschreibungen bei mir, da kann man nur verlieren, klar, die Möglichkeit oder da ist vorhanden, aber man muss eben auch das Risiko dagegen setzen und das Risiko ist meines Erachtens minimal, denn selbst wenn es zu keinem Shortsqueed führen würde, ist das Unternehmen trotzdem steht erstmal gut da, sie haben, ja, sie haben erstmal in der nächsten Zeit keine finanziellen Probleme, der CEO sieht alles sehr positiv, in Amerika wird sehr stark geimpft, meines Erachtens ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis wirklich die Kinos mehr ausgelastet werden können, es kommen neue Blockbuster raus, was die Leute natürlich in die Kinos zieht und, 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 also es gibt sehr viele Argumente, warum die Aktie auf jeden Fall stabil bleibt ohne Shortsqueeds, und der Shortsqueed ist natürlich, natürlich das oberste, woran wir denken, klar, keiner ist hier investiert, weil er Geld zu verschenken hat, sondern jeder möchte hier wirklich Geld verdienen, ich auch, das braucht man nicht leugnen, aber ich möchte euch natürlich auch motivieren, ich habe da, wie gesagt, einige englische Videos dazu angeguckt, da ist wirklich richtig Energie dahinter, da ist, Leute investiert, haltet, wir schaffen das zusammen, also das finde ich wirklich diese Community, das finde ich so beeindruckend, und auch in meiner Telegram-Gruppe, wie wirklich der eine den anderen immer wieder neu motiviert, weil er vielleicht heute einen Durchhänger hat, oder, 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 also das finde ich wirklich grandios, da wird nicht auf dem einen oder anderen rumgehackt, so wie bei anderen Aktiengruppen, sondern wirklich, es wird gegenseitig Mut zugesprochen, und das finde ich wirklich klasse, und genau das benötigen wir auch bei AMC, wir sind eine Community, nicht nur eine deutschsprachige, sondern weltweit sind wir eigentlich eine riesige Community, aber man muss natürlich auch sagen, wir als Deutsche können da nicht wirklich viel beeinflussen, also es hängt sehr viel, oder das meiste vom amerikanischen Markt ab, wir sind eigentlich nur so die, ja, die, 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 die Abwehr, obwohl das auch nicht richtig ist, also wir sind einfach nur so Mitspieler, die aber auf den Kurs nicht wirklich einen Einfluss haben, klar, einige von euch sind hier wirklich sehr stark investiert, also ich wünsche allen euch, dass ihr jetzt sehr, sehr viel Geld verdient, wie ihr oft schreibt, ein Lambo kaufen, ein AMG kaufen und so weiter, da würde ich eher eine Immobilie kaufen, aber ist auch egal, ich würde es persönlich jedem gönnen, ich gönne es mir natürlich auch, aber es ist wirklich diese Motivation, und das ist genau, was wir brauchen, auch jetzt gerade, es hieß sehr viel, wir müssen die 10 Dollar schaffen, wir müssen es schaffen, unbedingt, wir haben es nicht geschafft, aber es ist nicht tragisch, es ist überhaupt nicht tragisch, es geht, Montag geht es wieder weiter, wir werden wieder eine neue Woche finden, und ich bin wirklich gespannt, ob bereits nächste Woche die Auszählung bekannt gegeben wird, die jetzt gerade durchgeführt wird, und das wird natürlich nochmal so ein gewisser Knackpunkt sein, also bleibt am Ball, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen motivieren, denn ich bin dafür, ihr seid dafür, wir halten zusammen, und wir werden das auf jeden Fall rocken. Ich danke euch fürs Zusehen, und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.